Momente im Rettungsdienst, die mich sprachlos gemacht haben. Hi, ich bin der Luis. Bist du der Praktikant heute? Ja, ja, das bin ich. Alles klar, dann schauen wir mal, ob heute was Spannendes für dich dabei ist. Alles gut. Ich wollte sowieso mal fragen, ob es vielleicht möglich wäre, so zwischendurch den einen oder anderen Einsatz einfach mal auszusetzen. Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Bitte was? Ich bin das Rettungsdienst einfach sehr anstrengend. Deshalb wollte ich vielleicht einfach nur mal so, keine Ahnung, jeden zweiten Einsatz fahren. Ich meine, offiziell braucht ihr mich ja eh nicht. Ihr seid ja zu zweit. So, Herr Brömmelkamp, was soll ich Ihnen sagen? Sieht aus wie ein astreiner Herzinfarkt. Damit müssen wir einmal ins Krankenhaus. Das können Sie vergessen. Wie meinen Sie das? Ich komme auf gar keinen Fall mit. Na gut, Herr Brömmelkamp, aber Sie haben uns ja jetzt angerufen, weil Sie Brustschmerzen haben. Und jetzt haben wir Ihnen verraten, worin der Grund liegt. Und wir verraten Ihnen auch, dass wenn Sie nicht mit ins Krankenhaus kommen, sehr wahrscheinlich daran versterben werden. Wissen Sie, was Sie da gerade machen? Hey, was mache ich denn? Mich nötigen. Das ist Nötigung. Wahrscheinlich bekommen Sie vom Krankenhaus Provision oder so. Ich werde Sie anzeigen.